Herzlich Willkommen zur Einweisung der Behandlungseinheit E50 Live. Durch die Einweisung führt Vertriebsmitarbeiter Jörg Eberle. Der Patientenstuhl ist für ein Patientengewicht von bis zu 185 kg vorgesehen. Der Stuhl lässt sich bei abgelegten Instrumenten auf drei Arten bewegen. Die erste Möglichkeit, Bewegungen per Fußanlasser. Wird der Kreuzschalter in der Mitte oben nach vorne geschoben, bewegt sich der Stuhl nach oben. Kreuzschalter nach hinten ziehen, Stuhl bewegt sich nach unten. Kreuzschalter nach links, Rückenlehne geht nach hinten. Kreuzschalter nach rechts, Stuhl-Rückenlehne bewegt sich nach oben bzw. vorne. Die zweite Möglichkeit ist die Stuhlbewegung am Arztelement. Hier lässt sich der Patientenstuhl nach oben, unten und die Rückenlehne vor und zurück bewegen. Die dritte Möglichkeit, den Patientenstuhl bei abgelegten Instrumenten zu steuern, ist das Assistenzelement. Die Pfeiltasten signalisieren die Bewegungsrichtung. Zur Behandlung mit Automatikpositionen fahren Sie den Patienten zunächst grob mit der entsprechenden Taste in Position. Dann nutzen Sie die manuelle Feineinstellung, je nach Größe Ihres Patienten. Möchten Sie ihn spülen lassen, können Sie ihn mit der Taste SP in die Spülposition fahren. Das Behandlungslicht geht automatisch aus. Mit der Taste LP fährt die Behandlungseinheit automatisch genau in die letzte Position vor dem Spülen zurück. Und Sie können die Behandlung fortsetzen. Über den Fußanlasser ist bei abgelegten Instrumenten rechts die Spülposition abrufbar. Die letzte Position ist links abrufbar. Über das Assistenzelement lassen sich die Positionen ebenfalls abrufen. Blaue Taste in der Mitte drücken. Solange die LEDs blinken, sind die Positionen abrufbar. Kopfstütze einstellen Zum Bewegen und Einstellen der Kopfstütze Taste rechts drücken und Stütze entsprechend einstellen. Nach Loslassen der Taste ist die Stütze wieder fixiert. Auch von der Assistenzseite leicht zu bedienen. Das Kopfpolster lässt sich einfach durch ein Komfortkopfpolster mit Magnethalterung ersetzen. Standardpolster abnehmen, Magnetplatte aufsetzen, dann das Komfortpolster. Die Behandlungseinheit lässt sich zum bequemen Außeneinsteigen nach oben klappen. Die Behandlungseinheit hat mehrere Sicherheitsfunktionen an der Rücklehne, an der Speischale, der Bügel am Fußschalter, die Trittplatte, das Fußende der Sitzbank, sowie am Assistenzelement. Ist eine Sicherheitsabschaltung wegen Blockade aktiv, blinkt am Assistenzelement eine entsprechende LED. Am Arztelement weist ein Ausrufezeichen auf die Blockade hin. Ist eine Sicherheitsabschaltung aktiv, lässt sich der Stuhl nicht mehr bewegen. Schockposition Berücksichtigen Sie bitte, die Schockposition muss vorher programmiert werden. Wird bei ausgewählter Behandlungsebene ein Instrument entnommen, springt das Fußpedal in Mittelstellung und die programmierte Drehzahl wird angezeigt. Mit Betätigung des Fußpedals startet das Instrument mit dieser Drehzahl. Sie kann mit dem Fußpedal zwischen 100.000 und 40.000 geregelt werden. Wird das Fußpedal losgelassen, springt die Drehzahl auf Voreinstellung zurück. Wird das Mehrfunktionshandstück entnommen, lässt sich die Heizung der Medien zuschalten. Auch die Helligkeit der Handstücklampe ist regelbar. Zur manuellen Bedienung wählen Sie die Bedienebene E. Alle Parameter sind über das Fußpedal zu steuern und nicht speicherbar. Am Fußpedal gibt es keine Mittenzentrierung. Neben der Steuerung der Stuhlposition bietet das Arztelement folgende Funktion. Leuchtensteuerung Composave Mode Taste für den optional erhältlichen Röntgenbildbetrachter Schalenspülung Becherfüllung und eine Taste für optionale Zusatzgeräte. Mit der Klingeltaste kann zum Beispiel ein Zoomer oder der Türöffner betätigt werden. Bei abgelegten Instrumenten im Köcher kann mit dem Fußpedal zwischen insgesamt vier Behandlungsarten hin und her geschaltet werden. Mit der MemoDent-Funktion lassen sich diese Behandlungsarten programmieren. Behandlungsart mit Fußschalter wählen Instrument entnehmen Treppentaste vier Sekunden drücken Dann sind Drehzahl, Motor Rechts- und Linkslauf, Sprayfunktion und Lichtstärke am Instrument einstell- und speicherbar. Linke Taste zum Speichern drücken Die Füllmenge des Bechers wird programmiert, indem man vier Sekunden die Bechertaste gedrückt hält. Danach beginnt im Sekundenabstand ein Signalton und das Wasser fließt. Sobald nun die Taste losgelassen wird, wird der Füllstand abgespeichert. Die Spüldauer des Speibeckens wird ebenfalls so programmiert. Vier Sekunden Taste drücken, Signaltöne ertönen, Taste loslassen, Spüldauer gespeichert. Das gleiche Verfahren für die Leuchte. Vier Sekunden drücken, Licht wird bei jedem Signalton 5000 Lux heller. Taste loslassen, Einstellung ist gespeichert. Und das gleiche Verfahren für Composave. Weitere Einstellmöglichkeiten für die Leuchte erreichen Sie über die rechte Taste am Display, die Pfeiltasten und dann Menüpunkt 12. Hier kann zwischen Composave und DIM-Funktion vorgewählt werden. Menüpunkt 13 erlaubt Farbtemperaturänderungen zwischen 4000 und 6000 Kelvin in 500 Kelvin Schritten. 5500 Kelvin entsprechen etwa Tageslicht. Taste ganz rechts, Speichern und zurück ins Hauptmenü. Mit der M-Taste lässt sich der optional erhältliche Endo-Modus aktivieren. Dazu Motor entnehmen und Taste drücken. Endo-Modus startet. Mit der liegenden Schleife wird die Patientenmanagement-Software Connexio gestartet. Es sind vier programmierbare Timer verfügbar. Vier Sekunden auf Timer-Knopf drücken, Zeit einstellen, rechte Taste zurück. Zeit ist gespeichert. Programmierbare Automatikpositionen der Behandlungseinheit. Die Positionen sind behandlerabhängig speicherbar. Wir legen zunächst ein Behandler fest. Taste mit der Treppe 3 Sekunden drücken. Benutzerziffer auswählen. Jetzt können die Stuhlpositionen eingestellt werden. Stuhl manuell in die gewünschte Position fahren. Wir empfehlen für Position 0, die Ein- und Aussteigeposition zu programmieren und eine Oberkiefer- und eine Unterkieferposition zu speichern. Wenn die Position stimmt, drei Sekunden auf die zu programmierende Taste drücken. Es ertönt ein Signalton. Position ist gespeichert. Stuhl jetzt wieder manuell in die neue gewünschte Position fahren und dasselbe Verfahren wiederholen. Zur Behandlung mit Automatikpositionen fahren Sie den Patienten zunächst grob mit der entsprechenden Taste in Position. Dann nutzen Sie die manuelle Feineinstellung je nach Größe Ihres Patienten. Der Fußanlasser bietet eine Vielzahl von Funktionen. Das Hauptpedal springt automatisch in die Mittelstellung und startet bei Betätigung mit der voreingestellten Drehzahl. Sie ist durch Verschieben des Pedals steuerbar, hier von 100.000 bis 40.000 Umdrehungen. Wird das Pedal freigegeben, springt es zurück in die Mittelstellung zur voreingestellten Drehzahl. In der Behandlungsart manuell gibt es beim Fußpedal keine Mittenzentrierung. Die Drehzahl ist durch Bewegung des Hauptpedals stufenlos regelbar. Die linke Taste des Fußanlassers schaltet bei entnommenem Instrument die Spreezustände. Der Kreuzschalter in der Mitte des Fußanlassers aktiviert bei einem Motor den Linkslauf. Die rechte Taste löst eine Chipblower-Funktion aus. Die verstärkte Blasluft entfernt sicher Späne an der Präparationsstelle. Bei abgelegten Instrumenten sind die Stuhlfunktionen über den Fußanlasser steuerbar. Connexio zeigt alle vorhandenen Bilder des Patienten. Die ersten zwei Pfeiltasten Vor und Zurück. Dritte Pfeiltaste Auswahl. Taste für Bildanzeige auf Hinterkopf, PC oder Monitor der Behandlungseinheit. Auswahl, wie viele Bilder gezeigt werden. Eins, zwei, vier oder sechs. Wird die Kamera entnommen, schaltet der Monitor auf ein Live-Bild um. Mit einem kurzen Druck auf das Hauptpedal des Fußanlassers wird das Live-Bild eingefroren. Mit einem langen Druck, einem Long-Press von vier Sekunden, wird das Bild abgespeichert. Der Monitor geht danach automatisch wieder in den Live-Modus. Soll das Bild nicht gespeichert werden, einfach nur erneut kurz das Pedal des Fußanlassers drücken. Der PC zeigt in Connexio sämtliche Bilder eines Patienten. Nach Linksklick mit der Maustaste wird ein Bild blau hinterlegt und am rechten Bildschirmrand öffnet sich die Option Bildanzeigen. Es öffnet sich die Einzelbildanzeige. Am oberen Rand ist die Bildhelligkeit steuerbar. Direkt daneben lässt sich ein Marker setzen. Der Marker lässt sich benennen. Das Menü bietet eine Lupe und der Zahn lässt sich über das Zahnschema rechts unten durch Mausklick zuordnen. Ein Klick auf die Diskette speichert die Änderung. Am linken Bildschirmrand geht es zurück ins Bildauswahlmenü. Werden mehrere Bilder ausgewählt und dort Bildanzeigen am rechten Bildschirmrand angeklickt, werden diese Bilder nebeneinander angezeigt. Rechts unten am Bildschirm kann ausgewählt werden, wie viele Bilder gleichzeitig dargestellt werden. Eins, zwei, vier oder sechs. Das Symbol mit Doppelpfeil überträgt die Darstellung vom PC-Monitor auf den Monitor der Behandlungseinheit. Diese Funktion ist auch über den Fußanlasser über den Kreuzschalter steuerbar. Aus dem Patientenmanagement werden Patientendaten an Connexio übertragen. Dadurch werden Bilddaten am Arztmodul verfügbar. Jede Patientenmanagement-Software mit VDS-Schnittstelle kann mit und über Connexio verbunden werden. Sind die Patientendaten am PC aufgerufen, können über den Connexio-Button am Arztmodul die Bilder aufgerufen werden. Die Behandlungsleuchte lässt sich mit der Lichttaste aus- und einschalten. Mit der Composave-Taste lässt sich der Composave-Modus steuern. Mit der roten Leuchtentaste kann zwischen Composave-Mode und Normallicht gewechselt werden. Außerdem lässt sich die Behandlungsleuchte über den Sensor an der Leuchte selbst aktivieren. Mit geschlossenen Fingern am Sensor vorbeifahren. Wird der Sensor 3 Sekunden lang betätigt, wird der Composave-Mode aktiviert. Diese Aktivierung ist auch direkt aus dem ausgeschalteten Zustand möglich. Wird der Sensor länger als 5 Sekunden betätigt, wird der Laser-Mode aktiviert. Das grüne Zwischenlicht dient als entsprechender Hinweis und Signal für das folgende Laser-Mode-Licht. Laser-Mode-Licht wird benötigt, wenn mit Diagnodent oder einem Laser mit Feedback-System gearbeitet wird. Der Kopf der Behandlungsleuchte bietet mit dem 3D-Gelenk umfassende Einstellmöglichkeiten. Gelenk lösen, Leuchtenkopf seitlich schwenken. Gelenk zurückdrehen, Leuchtenkopf rastet in Mittenstellung ein. Die Leuchtengriffe lassen sich abnehmen. Drucktaste am Ende im oberen Griffbereich drücken und Griff abziehen. Er lässt sich nun thermodesinfizieren. Alternativ gibt es einen hellgrauen Griff, der sterilisiert werden kann. Das Assistenzelement ist in Stufenhöhen verstellbar. Element ganz hochziehen, um in die niedrigste Position anschließend zurückzukehren. Die Tasten entsprechen den Bedienelementen am Arztelement. Becherbefüllung und Speischalenspülung. Mit der roten Leuchten-Taste kann zwischen Composave-Mode und Normallicht gewechselt werden. Der Timer 1 kann hier gestartet werden. Die unteren Tasten starten Hygienefunktionen. Kurzer Druck auf die erste Taste, das Spülprogramm wird am Arztelement aufgerufen. Beim Spülzyklus 1 werden alle Instrumente 20 Sekunden gespült. Mit Tastendruck alternativ umschalten auf Spülzyklus 2. Das verlängert die Spüldauer auf 2 Minuten. Instrumente nach dieser Auswahl im Intensiv-Entkeimungstopf positionieren. Speischale nach vorne schwenken, Intensiv-Entkeimungstopf ein- bzw. aufsetzen. Die Multiflexkupplung und Motoren in die Gummyeinsätze stecken. Das Mehr-Funktions-Handstück vom Arztelement in die vorgesehene Halterung setzen. Das Dreifunktions-Handstück ebenso. Zum Starten des automatischen Spülvorgangs Reinigungstaste am Assistenzmodul erneut drücken. Alternativ kann der Spülvorgang am Arztmodul gestartet werden. Um eine Intensiv-Entkeimung vor Wochenenden oder Stillstandszeiten vorzubereiten, Reinigungstaste am Assistenzmodul 4 Sekunden drücken. Intensiv-Entkeimungstopf bestücken und Taste erneut drücken. Die Hydro-Clean-Funktion reinigt das Saug- und Abflusssystem nach der Behandlung durch eine Wasserspülung. Taste zweimal kurz drücken, Spülung beginnt. Am Abend Saugschläuche mit Dekazeptol-Gel reinigen und desinfizieren. Saugschläuche können an der optional erhältlichen Zapfstelle nach der Behandlung gereinigt werden. Zur automatischen Reinigung und Desinfektion der Saugschläuche ist optional ein Dekamat erhältlich. Klammer auf Dekamat aufsetzen, Hydro-Clean-Taste einmal drücken, Schläuche aufsetzen und zum Starten Taste erneut drücken. Dieser Bausatz ist optional erhältlich. Vordere Abdeckung abnehmen Dekazeptol-Flasche entnehmen und am kurzen Stutzen auffüllen oder austauschen Den schwarzen Anschluss auf jeden Fall auch bei neuen Flaschen wiederverwenden Dekazeptol-Flasche mit Kippbewegung wieder einsetzen Abdeckung schließen Zur Reinigung kann die Instrumentenablage abgenommen werden. Zwei Haltenasen links und rechts nach außen drücken und Ablage abnehmen Unter fließendem Wasser reinigen Einsetzen Von unten unter das Arztelement einsetzen Andrücken und einschnappen lassen Wir empfehlen alle vier Wochen den Rückluftfilter der Turbine zu kontrollieren Deckel unter dem Arztelement abnehmen Filter herausnehmen Und auf Serviette trocken drücken Danach wieder einsetzen Zu jeder Behandlungseinheit wird eine Tube Silikonfett mitgeliefert Es dient zum Einfetten der O-Ringe Am besten vor der wöchentlichen Intensiventkeimung eine erbsengroße Menge auf Daumen und Zeigefinger verreiben Dann O-Ringe der Multiflexkupplung, des Motors und des Mehrfunktionshandstückes schmieren Mit der Behandlungseinheit werden eine Gebrauchsanweisung, eine Pflegeanweisung, ein Pflege- und Reinigungsplan und eine Kurzbedienungsanweisung ausgeliefert Die Unterlagen sind auf der CAVO Homepage auch zum Download verfügbar Dort finden Sie alle Inhalte zum Nachlesen Beim Physio Evo befindet sich unter der Sitzfläche vorne links ein Hebel Um die Stuhlhöhe einzustellen, Hebel ziehen Mit dem hinteren Hebel lässt sich die Rückenlehne anpassen Nach unten drücken und einrasten, die Lehne ist beweglich Wieder nach oben ziehen, Rückenlehne fixiert Auf der rechten Seite des Stuhls befindet sich der Hebel zur Winkelneigung des Stuhles Hebel nach unten drücken, Neigung einstellbar Wieder nach oben ziehen, fixiert Der Evo F-Stuhl besitzt zur Höhenverstellung eine Fußplatte Sie kann mit der Ferse bedient werden Gedrückt, verstellbar Losgelassen, fixiert Die Bedienung ist ansonsten identisch wie beim Physio Evo Der Physio One ist eine einfache Version Zur Höhenverstellung dient ein Hebel links unter der Sitzfläche Rechts ist die Neigung des Stuhls einstellbar Hebel nach unten drücken Einstellen Nach oben ziehen, fixiert Die Bedienung des Stuhls Die Bedienung des Stuhls Die Bedienung des Stuhls Die Bedienung des Stuhls